So, weiter geht's mit Castlevania, Area of Sorrow und diesmal wollen wir es doch irgendwie hinbekommen, diesen einen Gegenstand noch zu bekommen im zweiten Raum. So, einmal nach unten bitte. Und dann jetzt hier rein. Komm schon. Ja, es war nicht klug. Doch, es war klug. Ha! Obwohl, das ist überhaupt nicht klug. Jetzt hab ich weniger Mahle, um als Fährmaus später umzufliegen. Egal, wir werden's schaffen. Aber so nicht. Oh, ist das dumm. So, wir machen das jetzt. Ach du Scheiße. Egal, ich hab einen Plan. Oh, ich hab keinen Plan. Oh. Das ist zum Kotzen. Komm, 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 komm hier durch, komm hier durch. Ja, ich bin einfach letztes Mal dumm gewesen. Bin ich als Fährmaus da durchgeflogen. Dabei ist das doch eigentlich relativ easy. So, hier haben wir ein Schwert, was leider nicht so stark ist, aber es sieht trotzdem cool aus. Ich kann's mal kurz zeigen. Ja, wie ist das Balmung, ne? Sieht echt nicht schlecht aus. Nur leider, 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 leider nicht so stark wie, äh... Climb so leise. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Komm ich hier nochmal weg? Ich bezweifle es ja irgendwie. Wie? Ha, 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 ha. Oh, 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 das war gut. Oh, das war gut. Oh, oh, das war nicht gut. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Haha. Show macht das alles hier viel mehr Spaß. Komm her. Komm her. So, hätten wir das schon mal geschafft. Es war sehr schwierig. Haha. Eigentlich nicht. Aber irgendwie doch. Haha. So, dann können wir jetzt endlich hier oben lang. Da kam er vorher nicht hin. Und ich bin vergiftet. Stört mich aber nicht. Ich gucke mich hier überall um. Du darfst nicht schießen. Guck mal auf die Karte. Nimm weiter nach rechts. Komm wahrscheinlich da raus. Und dann ja, ja, ja. Aber wir gucken erstmal oben weiter. Nach. So, komm. Pass hier. Schlag zu. Komm. Ich lasse dich einmal. Genau. Flammenschwert. Das will ich haben. Ich glaube, ich gehe schon richtig. Ich bin vergiftet wieder mal. Ich glaube, ich gehe schon richtig. Komm, Schlag zu. Hehe. Was haben wir denn hier? Das sind doch auch wieder... Ja, okay. Dann hab ich... Gehe ich schon richtig. Das wäre bitter. Oh, oh. Vertiger. Vertiger. So, was haben wir hier noch? Killerumhang. Vertiger natürlich. Vor denen habe ich keinen Respekt. Oh, wer bist du denn? Riesenskelet. Was bewachst du eigentlich? Gute Frage. Kann mir aber egal sein. Du Sandal. Du Sandal? Ein Schwert, das von Riesen geschmiert wurde. Ich will mal kurz gucken, wie das aussieht. Hui. Es macht Zauberstaub. Keine Ahnung. Naja. Ich glaube, ey. Das ist nicht so stark. Deswegen bleiben wir einfach bei der alten Waffe. Oh, 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 oh. Da war ein Monster, das ich, äh, kenne. Wow. Du verträgst mehr als dieses andere Löwenrad. Naja, aber ich überlege... Oh. Oh, 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 oh. Wow. Sukubus brauche ich auch noch. Ey, das ist ein Entchen. Das ist echt ein Entchen, ne? Ist hier irgendwie noch etwas? Das sieht irgendwie so aus. Aber es täuscht. Die Seele vom Sukubus brauche ich auch noch. Aber ich frag mich gerade, wie ich da hinkomme. Zu dem... Zu dem Flammenschwert. Strange. Doch, hier oben irgendwo, oder was? Also jetzt hier gleich nach oben? Nee. Irgendwie? Au, 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 au. Ach, komm. Ho, ho. Zu einfach, Leute. Oh. Hi, hi, die Seele hab ich auch. Schwächt dir so Feinde mit vergifteten Clown. Au. Kon wird um 16 erhöht. Mhm. So, aber hier oben war ich schon und hab alles eigentlich... Hä? Hä, da war eine Tür nach links? Wie konnte ich das denn übersehen? Bitte schön. Wie konnte ich das übersehen? Ja, ganz klar geht's doch hier links weiter. Und ich war einfach zu blöd dafür. Oh, dich will ich haben eigentlich als Seele. Es ist einfach nur, ja, overpowered, diese Fähigkeit. Na, hol ich mir irgendwann. Ich könnte jetzt eigentlich schon... Ich hab eigentlich alles erledigt, oder? Autsch. Ich glaub, ich werd jetzt ein bisschen das Schloss erkunden. Denn theoretisch, ähm, hab ich wirklich schon alles erledigt. Vielleicht krieg ich ja jetzt aus... Mit ein bisschen Glück die Seele von ihm. Hier. Hui. Nee. Aber dafür, äh, eine Streitachse. So. Ey. Hau auf. Killer-Oman? Darf ich bitten? Und? Schlag zu. Schlag zu. Nee, keine Seele für mich. Ähm, ja, dann holen wir die uns irgendwann mal. Ich hab jetzt keinen Bock hier zu farmen. Gehen wir einfach weiter. So. Ey, das wollte ich nicht. Ich kann eigentlich theoretisch dieses Portal benutzen. Aber was machen wir dann? Gehen wir einfach zu dem Punkt, zu dem gelben Punkt 6 daneben. Und gehen mal diese anderen Wege. Da habt ihr aber ja noch irgendetwas. Obwohl, da fällt mir ein... Äh. Wir können auch die Pistole kurz holen. Oder? Äh. Das ist jetzt ja ein bisschen nervig. Aber ich kann jetzt zum Glück fliegen. Haha. Wie entspannt ist das denn? Kokubak. Nee, Ukubak. So, so, so. Und du gehst auch mal schlafen. Ja, ich töte die ja nicht, ne? Ich bringe die einfach nur zum Schlafen. So war das denn hier. Genau. Dann lass dich mal... Oh, ich hab volle Mana. Gehen wir kurz hier nach oben. Hier nach oben. Ja, 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 ja. Hohoho, ich hab die Pistole. Cool. Was ist der denn? Als ob ich jetzt mir das gefallen lasse. Genau. Huh? Wie... Huh? Wie komm ich denn da hin? Aha, aha, aha. Okay. Da muss ich mich irgendwie... Ah, so. Okay. Okay. Fleisch-Golem. Du hast so viel Energie. Aha. So kann ich hier oben vielleicht... Hä? Wie komm ich denn an diesen anderen Trank? Da sehe ich keinen Weg. Hm. Sehr seltsam. Nee, nee, nee. Hier war nichts mehr. Aber fliegen wir kurz nochmal... Hier rüber. War hier noch irgendetwas? Und ich hab leider keinen Mana mehr. Hm. Reicht das denn schon aus? Ich glaub, dann füll ich mich erstmal auf. Yay, yay, yay. So. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ich glaub, da ganz oben war gar nichts mehr. Aber... Naja, man weiß ja nie, ne? Ich glaub, das müsste schon ausreichen. Denn das hier müsste ja auch noch da sein. Genau. Oh, hier ist doch noch was. Ein Ranginus-Sperr. Mhm. Schauen wir uns mal kurz an. Heiliger Speer. Oh, gar nicht mal so schlecht. Sieht auch, äh... Recht witzig aus. Aber, komm. Yeah, das nehmen wir. Ich frag mich trotzdem, wie ich da in diesen einen Trank komme. Was hab ich denn da übersehen? Wahrscheinlich diesen anderen Weg da oben. Na, gehen wir erstmal jetzt runter wieder. Dü, 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 dü. Das Spiel macht Spaß. Und ich hab gar nicht mehr so viel Energie, märg ich grad. Ich darf nicht mehr so fahrlässig spielen. Aber schwer. Schwer ist es. Immer so konzentriert zu spielen. Ja, das war eine coole Aktion. Gucken wir nochmal. Hä, da war ich noch nicht? Diesen Weg? Okay. Okay, dann... Oh. Menschenfässer. Oh, Wasserfüßung. Wird wahrscheinlich nicht so gut sein wie die Füßung, die ich jetzt gesagt habe. Aber sieht schon ganz gut aus. Oh, Vorsicht. So, wo muss ich jetzt nochmal lang? Nach oben. Dann nach links. Genau, hier entlang. Oh, 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 oh. Ach. Doofer Schleim. Wie vertragt ihr? Danke. Oh, kommen jetzt wieder diese Albträume? Nee. Äh, wo muss ich lang? Weiter nach links. Genau. Oh. Oh, ein Schlag kaputt. Okay. Oh, ne. Ihh. Noch ein Riesenwurm. Haha. Au. Halbzorn schon wieder. Das sieht auch alles hier so verdächtig aus. Ich glaube, diesen Satz habe ich am häufigsten gesagt bei diesem LP. Das sieht alles sehr verdächtig aus. Wo komme ich denn hier nochmal hin? Ach so. Ach, da war dieses eine Viech. Aber dafür muss ich erst die Zeit stoppen können. Und das, diese Fähigkeit kriege ich vor diesem Hasen. Kacknatso wieder mal. So. Ja, komm, ey. Wenn ihr jetzt so blöd da rumschwirrt, dann... Da links war ich auch noch nicht. Ja, komm. Hier musst du auch jetzt... Was zum Teufel? Ja, wahrscheinlich beim zweiten Durchspielen dann. Dann ist da hier irgendwie eine Waffe. Wurde mir zumindest so erklärt. Erklärt. So. Da nach rechts können wir auch. Oh. Schön. Shane, Shane, Shane. Das freut mich. Kacknatso. Das macht Spaß, Leute. Wenn man hier schon irgendwie alles eigentlich erledigt hat. Und... Ja, es ist entspannt. Und es macht wirklich Spaß, einfach hier durch die Gegend zu springen. Und alles zu zerstören. So, komm, schlag zu. Ne. Aber hier war ich auch noch nicht. Gut. Ich muss die Selexe. Blöd. Skula war das, ne? Ah, Ziton. Ich hab da nichts getan. Oh mein Gott. Noch ein Trank. Ja, ich glaub, ich werd nicht sterben bei diesem FP. Okay. Dafür bin ich zu gut ausgetestet. Ich wollte nur gucken, was du hier hast. Und... Trotzdem schläfst du mich an. So, hier links noch etwas. Nein. Also, eins. Zwei. Zwei. Gut. Jetzt läuft alles sehr, sehr gut. Gott. Ähm. Gut. Okay.